Wusstest du schon? Das Shire Horse ist ein Kaltblutpferd und mit einem maximalen Gewicht von mehr als 1200 Kilogramm sowie einer Widerristhöhe von durchschnittlich 1,78 Meter, die größte Pferderasse der Welt. Das größte je gemessene Shire Horse war ein Wallach mit einem Stockmaß von 2,19 Meter. Diese Pferde gelten als sanfte Riesen, denn sie haben trotz ihrer Größe ein sehr ruhiges Gemüt.